Diese Meditation bringt dich in Verbindung mit der Weisheit deines Körpers. Dein Körper hat ein hohes Bewusstsein. Es regelt Millionen von Prozessen gleichzeitig für dich, für dein Leben. Er weiß genau, was gut für dich ist. Deine Körperweisheit ist ein eigenes Wesen. Und mit diesem Wesen kannst du jetzt bewusst Kontakt aufnehmen, ihm Fragen stellen und Hilfestellung bekommen. Wenn du zum Beispiel eine Ernährungsumstellung vorhast oder einfach wissen möchtest, was gut für dich ist, dann frag doch einfach direkt deinen Körper, was er braucht. Mach es dir bitte bequem. Du kannst sitzen oder liegen, den Rücken entspannt und gerade, dass die Energie gut fließen kann. Atme sanft in dein Herz, dein großes, liebevolles Herz und spüre, wie deine Seele mit jedem Atemzug tiefer in deinen Körper strömt. Wie sie einzieht in deinen Körper. Atme ruhig und entspannt und lass deinen Atem in deinen Bauch fließen. Atme Entspannung ein und Anspannung aus. Lass dein Atem weiter durch deinen Körper fließen und spüre dich von innen. Wie fühlst du dich von innen an? Ströme mit deinem Atem in deinen Rücken. Die Beine die Beine die Füße bis in die Zehenspitzen und in die Schultern die Arme die Arme Hände bis in die Finger Spüre deinen Hals den Nacken den Nacken und deinen Kopf bis du deinen Körper ganz erfüllst ganz verbunden bist ganz bei dir Nun sage dir innerlich ich möchte mit meinem Körperwesen sprechen ich möchte es sehen hören und verstehen jetzt danke und atme das Wesen zu dir lass es immer präsenter werden egal wie es sich zeigt es ist für dich da vielleicht kannst du es sehen oder hören oder du weißt einfach dass es da ist so wie es kommt ist es richtig wie zeigt es sich dir begrüße dein Körperwesen und frage es wie es ihm geht es ist immer für dich da und freut sich sehr über deine liebevolle Aufmerksamkeit nimm wahr oder spür wie es dadurch gestärkt wird und neue Energie bekommt du kannst ihm jetzt Fragen stellen es wird dir antworten denn es hat schon lange auf dich gewartet Frage kann ich irgendetwas für dich tun was brauchst du was kann ich für die Regeneration meiner Zellen tun wie kann ich mich stärken welche Nahrung ist gut für meinen Körper oder was du sonst noch für Fragen mitgebracht hast bedanke dich bedanke dich bei deinem Körperwesen und nimm dir vor alles was du erfahren hast auch umzusetzen du kannst jederzeit wieder mit ihm Kontakt aufnehmen denn es ist in jedem Augenblick das ist in jedem Augenblick deines Lebens für dich da nun verabschiede dich spüre noch einmal deinen ganzen Körper von innen lass mit dem Atem erfrischende reine lichtvolle Energie in all deine Zellen fließen nimm wahr wie diese lichtvolle Energie all deine Zellen erfüllt von Kopf bis Fuß und bis in die Fingerspitzen all deine Zellen plustern sich freudig auf damit und beginnen höher reiner und leichter zu schwingen und genieße dieses Gefühl und nun nimm einen tiefen Atemzug strecke dich ein bisschen spüre deine Füße bewege die Zehen und öffne sanft die Augen und nachdenke und nachdenke densten